hallöchen zunächst den map vorstellen heute haben wir hier das örtchen nennt sich das nun nein es ist keine toilette nein auf keinen fall denn es wäre ja stille örtchen hier haben das das örtchen von nico eine kleine map in der version 1.0 und sie hat 133 megabyte ich weiß nicht viel zu sagen ihr habt hier ein haupthof mit einem supermarkt da könnt ihr verkaufen eine beckerei habt ihr als produktionsmäßig hier in kuhstall habt ihr hier noch eine tankstelle und auch noch einen pferdestall so hier drüben liegt dann noch der viehmarkt und hier der fahrzeughändler der allerdings hier wohl nicht ist aber wir gucken gleich mal genauer hin was kosten und die sachen eigentlich nicht so mäßig viel denn es gibt ja eigentlich bloß das zum kaufen oder halt das außenrum zum kaufen ja da schaut sowohl wieder noch ein fehler drin oder ja sie vielleicht auch so gewollt genau aufträge habt ihr hier keine verkehr ist auch keiner verbaut deshalb fahrzeuge habt ihr auch keine deshalb können wir gleich sagen wir gehen direkt in die karte rein hier drüben haben wir einen kleinen see wo ich dann zum wasser holen hier dann haben wir hier noch ein paar kleine fälle also ihr könnt damit ganz klein maschinen arbeiten und genau so ein bisschen paar ruinen hier hier bäckerei verbaut noch sparkasse hier noch ein gewächshaus hier habt ihr noch diese stellfläche hier hier habt ihr schon den kuhstall und hof da passen 45 kühe rein mal kurz hier rüber gehen so hier drüben geht es dann weiter dann haben wir drüben die pferde passen acht pferde rein in den stahl soll ich das gesehen habe hier habt ihr dann noch eine unterstellmöglichkeit neben der stellfläche hier hier mal reingucken und hier drüben habt dann noch ein kleines feld hier und da haben wir dann praktisch stehen nach wie heißt es noch mal so schön den händler der ist hier verbaut hier noch eine verkaufsstelle genommen fällt hier noch ein paar häuser und ja einen ganzen kreis hier hier noch mal ein feld mit zufahrt und ja hier drüben haben wir noch eine tankstelle verbaut hier genau und was soll ich sagen das war es ja auch schon wieder denn mehr haben wir hier nicht fehlermäßig haben wir hier scheinbar keine so ich habe jetzt keine gesehen hier das passt so weit ja wenn ihr die map haben wollt wie immer download link ist unten in der bilder galerie da könnt ihr euch auch mal angucken und dann würde ich sagen war es auch schon wieder hier von der karte viel spaß damit und bis zum nächsten mal ciao